Untertitelung des ZDF, 2020 Also Wichser, nicht, dass Sie mich jetzt hier falsch verstehen Entschuldigen Sie bitte die Störung Es wird doch ganz anders geschrieben, ne? Wie schreibt Ihr Wichser mit vier... Mit Doppel-X Mit Doppel-X Mit Doppel-X, da können wir nichts für, der Mann heißt so Das ist nicht unsere Schuld Ja Wer sich da was eklig bei denkt, ist selbst einschulden Ist selbst einschulden, ja Premiere, ein paar Tage jetzt, am 20. Mai Der Wichser im Kino, diese drei Herren spielen mit Du bist der Oberwichser, glaube ich, ne, oder? Drei Wichser für einen Halleluja, das soll das eigentlich heißen Du bist der Kommissar und er ist der Inspektor, oder was? Inspektor, very long, Chief Inspector, even longer Ah, sehr schön Und Olli ist irgendein... Ich bin Tourist von drüben, nicht wahr? Achso Und man muss noch sagen, wie du heißt Du heißt nämlich Dieter Dubinsky Dieter Dubinsky Wie, bitte, wie? Dieter Dubinsky, meine Frau Doris wird gespielt von Ange Engelke Na, das kann ja heiter werden Ja Also, wenn Sie nichts vorhaben Premiere 20. der Wichser Gucken Sie sich das an Wenn Sie die Edgar Wallace Filme kennen Dann werden Sie nicht für möglich halten Was der Mann eigentlich an sich gemeint hatte Aber das werden Sie dann in dem Film alles erleben Und heute wollen wir mal sehen, ob die Wichser auch was können Nicht wahr, Frau von Sinn? Bitte, Herr Barth Sie spielen ja nicht mit in dem Film Nein, nein, Herr Hohecker auch nicht Wir sind eigentlich ein bisschen beleidigt Dann lassen wir die das doch alleine machen So? Genau Ja, Entschuldigung, wir konnten nicht dafür Hohecker war zu klein Der passt einfach nicht, dass wir mit den Balken Und ich war zu dick Also, bei der Fortsetzung kriege ich jetzt von Euch in die Hand versprochen Wir beide sind dabei Ja, natürlich Sie haben mich schon genommen Wir hätten nicht zusammen draufgepasst Sie haben schon Cinema Scope wegen mir genommen Aber gegen mich an Dann würde ich vorschlagen, dass Oliver Kalkofer einfach sich bereit erklärt Die erste Frage hat, was zu beantworten Wir kommen zu Anke Arnaschuss aus Strullendorf. Das gibt 5 Punkte für den Ort. Jetzt wissen wir, ob um diese Frage genommen worden ist. Nein, die Frage ist noch besser. Also Anke möchte folgendes wissen, was ist eine Einblaspauschale? Eine Einblaspauschale im Sinne von Einblasen. Zum Beispiel. Und nicht eine Blase, sondern ein Einblaspauschale. Oder ist nach dem Ein so ein Apostroz? Nein. Also ein Blasen. Nein. Ein Blaspauschale. Ich will ja nur knälen. Das ist so ein Spezialangebot, also so ein Bordell wie all you can fuck oder so. Happy Hour. Und das kann man dann abstempeln. Happy Hour, ja. Happy Hour ist Wurf. Das wäre nicht schlecht. Eine Einblaspauschale. Ja, jetzt seid ihr ruhig. Eine Einblaspauschale. Das hat wahrscheinlich gar nichts damit zu tun. Ist das, wenn man alle Räder auf der Tankstelle die Luft gemeinsam einbläst, die Luft einbläst? Dann muss man weniger bezahlen. Ja, eine Einblaspauschale. Also wir checken alle ihre Reifen, aber es kostet sie nur einen Haiermann. Tankstelle. Ich weiß, ich hab's kapiert. Thema. Es ist natürlich auch so ein Surfsport. Wenn ich mit meinem Surfbrett, und ich habe eins, das wissen Sie alle, also mich auf das Dings, dann ist halt immer ein gewisser Windstoß da. Und man weiß halt nicht, wie lange der anhält. Und je nachdem, wie kurz der ist, muss vorher am Strand eine Kurtaxe oder etwas Ähnliches dafür zahlen. Und das ist eine Einblaspauschale. Also wenn der Wind praktisch nur einmal bläst. Richtig. Die Windgebühr. Es gibt ja einen Film auch, wenn der Wind nur einmal bläst. Wenn der Wind nur einmal bläst. Das ist so ein Film, glaube ich, gewesen. Heute in Sat.1. Natürlich. Aus unserer Senderei Gefährliche Lidschatten. Liebling, Sie haben meine Einblaspauschale geschoben. Disney-Film. Ja, alles verkehrt. Aber Sport ist ganz falsch. Okay, dann lassen wir Sport mal grundsätzlich weg. Das ist gut, weil ich verstehe nichts davon. Ich glaube, es kommt aus der Luftfahrt und zwar ist das die Gebühr, die ein Fesselballon Besitzer bezahlen muss. Das ist sozusagen das einmalige Starten auf einem Stück Wiese, wo die Luft hereingeblattet wird, damit der starten kann. Finde ich sehr gut. Nein, aber vielleicht einen Luftballon, den man so auf dem Schützenfest kauft. Also den kriegt man dann für einen Euro den Lappen und mit einer Einblaspauschale von 5 Euro extra, kriegt man dann den ganzen Spaß. Vielleicht ist das wirklich, das ist der Mitarbeiter beim Pfeilewerfenstand, der die Dinge aufpustet. Der wird nämlich nach Ballons bezahlt. Ja. Und dann kriegt er nämlich für Rote etwas mehr, weil die ja giftig sind. Das weiß man nicht. Ich glaube, das ist ein Begriff aus der Medizin. Ja. Verbalder. In solchen Momenten den Mann nicht reizen. Ganz ruhig bleiben. Das ist ein Begriff aus der Medizin, ich möchte lösen. Und zwar ist es ja so, dass heute, wie wir wissen, das ist zwar bedauerlich, aber so ist es nun mal, wenn man ins Krankenhaus eingeliefert wird, ja nicht die erste Frage ist, wie können wir ihnen helfen oder was haben sie eigentlich, auch bei Notfällen, sondern wie sind sie versichert. Und bei, sagen wir mal, Fällen, in denen es tatsächlich um Leben und Tod geht, zum Beispiel bei Arteriosklerose und der folgenden Herzinfarkterkrankung oder auch einem Schlaganfall, muss ja sofort mit einem Katheter die Ader geöffnet werden, um einen reibungslosen Durchfluss des Blutes wieder zu erreichen. Und wenn man in das Krankenhaus eingeliefert wird, wird zunächst einmal da ja nicht Zeit zu verlieren ist und auch vielleicht der Patient nicht mehr sagen kann, ob er bei der Bar mal ist. Ich wollte heute früher nach Hause eigentlich, wenn es geht. Ich muss morgen früh raus. Also lange Rede, kurzer Sinn, das kostet halt einfach einen festen Betracht, dass man den Luft... Sag doch einfach Mund-zu-Mund-Beatmung. Nein, 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 ich spreche von einem kleinen Schlauch, der in die Venen hineingeht. Aber das glaubst du doch selber nicht, dass es das ist. Nein, glaube ich auch nicht. Ja, dann hör auf. Hör jetzt einfach auf. Ich bin beim Tauchen... Ach, dann bleib doch da. Diese Flaschen. Sauerstoffflaschen. Danke. Sauerstoffflaschen. Das Füllen einer... Füllen einer Sauerstoffflasche und es ist ein Kursus. Richtig. Und aber um den ganzen Kursteilnehmern das zu verbilligen mit dem Sauerstoff im Freibatrum zu dümpeln, gibt es eine Einblaspauschale. Und Leute, die nicht die Einblaspauschale gezahlt haben, die tauchen dann sehr, sehr lang. Und sehr tief. Ich glaube, es ist eine feste Gebühr, die man bezahlen muss, wenn man von der Polizei angehalten wird und einmal in das Kontrollgerät hineinblasen muss. Die sind ja auch teuer, die Geräte. Und wenn du noch Geld hast, machst du noch eine Zwei-Blaspauschale. Und vor allem der Trick ist, wenn du besoffen bist, bezahlst du die auch. Und dann wisst ihr den. Ich sag's euch. Ja. Ich glaube, wir sagen nicht richtig... Vielleicht ist es ein Druckfehler. Ich glaube, wir waren nah dran. Ein Lastpauschal. Ja, genau. Wenn man irgendwo rein muss. Fünf Euro. Zack. Es ist eine Einblaspauschale. Du hast sie bei? Ich hab die Einblaspauschale nicht bei. Aber ich zeig euch, um was es geht, wenn ich es denn so schnell rauskriege. Tempotaschentuch in Waschmaschine mitgewaschen. Kriegen wir eh nicht alle raus. Was ist das? Ich sag's doch. Das sind Pellets. Das ist richtig. Was, was? Pellets. Kann man das wissen? Pellets. Pellets ist der umweltfreundliche Heizstoff der Zukunft. Wird aus Holzabfällen unter hohem Druck gepresst. Zwei Kilo davon ersetzen etwa ein Liter Heizöl. Was? Ist wirklich wahr. Und diese Pellets werden mit einem dicken Schlauch in den Tank eingeblasen. Ei, ei, ei. Und beim Kauf einer Tafelfüllung wird die sogenannte Einblaspauschale erhoben. Also eine Befüllungsgebühr. Das konnten wir ja gar nicht wissen. Nee, ist ja auch schön. Anke Arnerschluss aus Strullendorf. 500 Euro für Sie. Ich gratuliere Ihnen. Simon Sauter wohnt in München und möchte wissen, warum werden in Kalifornien Uhren gebaut, die jeden Tag 39 Minuten nachgehen? Warum werden in Kalifornien? Warum werden in Kalifornien Uhren gebaut, die jeden Tag 39 Minuten nachgehen? Ich habe eine Idee. Es könnte aber auch sein, dass Sie mit dieser Idee 39 Minuten länger gehen müssen. Bleib dir die Nase und sag die Antwort. Frau, es nervt. Das muss wieder aufs Schiff. Es nervt. Ich weiß es aber nicht, ob es geht. Ich glaube, es hängt irgendwie mit der Raumfahrt und der Astronomie zusammen. Weil es gibt, weil der Mars-Tag zum Beispiel ist irgendwie kürzer oder länger. Und dafür gibt es ganz spezielle Uhren, damit man immer weiß, wie viel Uhr auf dem Mars ist. Es kann aber sein, dass es länger ist. Ach so, es ist schon eine halbe Stunde später. Ich muss auf Mars halten. Mars wäre eine richtige Antwort. Ja! 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 Das stimmt wirklich, dass diese Uhren im Auftrag der NASA gebaut werden. Grund den Mitarbeitern an den verschiedenen Mars-Missionen der NASA ist diese ständige Umrechnerei auf den Wecker gegangen, weil der Mars 24 Stunden und 39 Minuten hat, mussten die also laufend hin und her rechnen. Und jetzt hat die NASA einen Uhrenauftrag gegeben und die bauen jetzt da diese Uhren, die einfach 39 Minuten nachgehen. Und so haben die immer die exakte Zeit auf dem Mars. Das ist schön. Absolut richtig. Darum fragen wir, wie das geht. Haben die dann mehr Ziffern? Wie funktioniert das? Ich weiß auch nicht, wie wir das machen. Wo wohnen die extra 39 Minuten denn her? Ja, die lassen die vielleicht irgendwo in Thailand herstellen. Da ist das lang und gäbe. Das sind die Uhren am Bahnhof, wo wir zugefahren sind. Aber ich frage, wie viele Leute wohnen denn jetzt auf dem Mars, die diese Uhren kaufen? Also das ist doch irgendwie ein scheiß Geschäft, oder? Das ist albern. Und die Mars bauen jetzt um die 39 Minuten weniger haben. Ja, das macht mich an. Ja, Simon, es tut mir leid, das wurde gewusst. Nichtsdestotrotz machen wir weiter. Und kommen wir zu Markus Steinkamp. Er wohnt in Wallenhorst und möchte Folgendes wissen. Warum wurde 1991 die komplette Auflage eines Uli-Stein-Schreibblocks beschlagnahmt und anschließend vernichtet? Uli-Stein, der Torwart? Uli-Stein kennen wir alle. Der Torwart vom HSV? Der Zeichner. Hat einen Block gemacht und der wurde wieder zurückgerufen und vernichtet. 1991, die komplette Auflage eines Uli-Stein-Schreibblocks wurde beschlagnahmt und anschließend vernichtet. Warum? 1991, Wiedervereinigung, es war ein Mauerwitz drin. Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Was hat denn eigentlich... So das Übliche, dass es, sagen wir mal, ein Plagiat war, dass irgendwelche Raubdrucker irgendwie war, das war das sozusagen, wie man das ja auch von Markenwaren kennt, irgendwelche Rolex... Also Uli-Stein gehört ja zu meinen Lieblingszeichnern. Ich habe den sehr gerne und der ist ja gerne ein bisschen makaber auch und zweideutig. Und hat das was mit den Gefühlen von irgendwelchen Minderheiten zu tun? Nee. Hat es was mit Emblemen zu tun, die wir nicht mehr sehen wollen? Nee. Es gibt so ein schwarzes Buch von ihm, wo nur Sachen drin sind, die früher auf Blöcken waren, die dann komplett in der Auflage wieder eingesammelt wurden. Aber ich weiß nicht, ob er so dumm war. Mein Name war falsch geschrieben. Nein. Nein. Also keine Befindlichkeiten von Uli-Stein. Gibt es ja irgendwie diese beiden lustigen Salzstreuer, wo die beiden Tiere da miteinander... Nein. Das ist es auch nicht. Was war 1991 noch? Er hat einfach bei seiner blöden Maus den Schwanz vergessen und dann... Aber deswegen wird ja keine komplette Auflage beschlagnahmt. Die Mäuse-Lobby in Deutschland. Tja, 91. Komplett die gesamte Auflage verschlagnahmt. Auf der Rückseite war vielleicht irgendetwas anderes oder Sie haben es irgendwie falsch rum gedruckt. Nämlich so, dass man, wenn man den Block... Das wäre ja egal, weil man könnte ihn ja wenden. Aber es ist ja so... Also nicht irgendwie, dass es verkehrt rum ist, dass der Klebestreifen oben ist und die Mäuse alle nach in die falsche Richtung gucken und so. Man kann sozusagen nur auf die umgedrehte Maus schreiben oder sowas. Nein. So ein Block ist doch oben immer so gebunden mit so einem Klebestreifen-ähnlichen Teil, mit so einem Schleim-Ding. Die Frage ist, ich glaube... Leim. Leim heißt das Wort. Leim. Herzlichen Dank. Leim. Ich glaube, so ein einfacher Fehler wie ein Druckfehler oder Herstellungsfehler ist es wahrscheinlich nicht, weil da hätten Sie nicht so viel Spaß, Herr Balder. Das weiß ich. Richtig. Es ist wahrscheinlich irgendwie etwas, was mit dem einen Motiv zusammenhängt, was auf allen Blättern drauf ist, denn an sowas haben Sie Spaß, Herr Balder. Ja. Und jetzt seid... Und jetzt seid ihr wieder dran, liebe Kollegen. Wer möchte... Also ich denke, das war ja erst schon rausgekommen, oder? Das war schon auf dem Markt. Der war auf dem Markt, dann ist jemandem das aufgefallen und dann war die Hysterie groß. Ja. Also glaube ich, dass es sich um ein Politikum gehandelt hat und bin eigentlich beim Geheimdienst, dass der zufällig irgendetwas... Ich habe einen Vorschlag im Hals, dann macht ihr weiter. Absolut, 91, was politisches läuft. Ich mache das weiter und zwar war dann nämlich der Golfkrieg. Vielleicht haben da einfach zwei Katzen oder zwei Mäuse und was alles. Golf gespielt. Golf gespielt, genau. Ja. Nein, oder irgendwas Vergleichbares mit einer Rakete aufeinander geschossen. Nee, es hat nichts mit dem Golfkrieg zu tun. Völlig richtig. Aber es ist was geheimlich. Es ist auch nichts politisches. Könnte es sein, dass das Papier von dem Block aus Tropenhölzern gewonnen wurde? Ach. Dann wurde der Block in die Tropen geschickt, die haben sich tierisch gefreut. Zurück und wieder eingepflanzt. Könnte es sein, dass das Papier von dem Block aus Tropenhölzern gewonnen wurde? Könnte es sein, dass dieser Block ein Einlegeblock mit Löchern war für ein Filofax und die aus Versehen die Löcher an falschen Stellen gemacht haben? Löcher zugemacht hatten Versehen. Hat das was mit Uli Stein zu tun? Ja. Natürlich. Dann die Hand sie gemacht. Schon mit dem Bild, also nicht irgendwie das Papierwerkgift. Was war das? Ein Schreibblock? Ein Schreibblock. Das heißt, es war oben, da gibt es nur ein Cover und in der Mitte sind karierte oder linierte Blätter. Sie hatten die Linien vergessen. Ja, genau. Das war nämlich ein, da war nämlich vorne eine Maus, ich erinnere mich genau, es war 98 und zwar... 98? Meine ich doch. Und zwar, ja genau, es stand nämlich 98 auf dem Block drauf und das ist falsch. Nein, es war ein Schreibblock, wo jemand etwas geschrieben hat, es waren aber Karos innen drin und jetzt, ich meine, die Lobby der Pädagogen in Deutschland ist natürlich, da haben nämlich die ganzen Grundschüler sich verschrieben und das sollte nicht so sein. Also ich hatte jetzt so spontan die Theorie eben bei einem Schreibblock, es gibt doch diese Möglichkeit mit dem... Und dann bewegt sich das. Daumenkino. 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 Das vielleicht durch Zufall ein Daumenkino entstand, wo irgendwelche Messages... Ne, Quatsch. Ist das der angeste Fernseher? Das war der einfach schon beschrieben, der Block, der war schon voll. Da waren private Notizen von Uli Stein einfach drauf, heute einkaufen, bezählen und so weiter. Kann der sein. Also es ging schon um ein Bild, um ein Motiv. Um ein Motiv. Um ein Motiv, was da drauf war. Was auf dem Schreibblock war. Und da gar nicht hingehörte. Es war gar kein Bild von Uli Stein auf dem Block, sondern von, äh, äh, äh... Eine Diddelmaus. Eine Diddelmaus. Marsupilami und wie diese schönen Sachen heißen. Nein, noch nicht. Ich hab ihn da, ich kann ihn euch zeigen. Würden wir dann drauf kommen? Was, du, wo du hast diesen vom Markt genommenen, äh... Wir haben den... Wir fangen gleich den 2-Jährigen-Block hier an. Wir haben den einzigen, den einzigen Block bekommen, der... Ne, ne. ...vor diesem Masker... Vielleicht ist es ein Block. Den haben wir noch. Und Sie zeigen uns den gleich. Und dann verstehen wir auch sofort, warum der komplett eingeschraubt werden musste. Sofort. Oh, der blättert sich zur falschen Seite hin. Soll ich euch zeigen, aber dann ist es beendet. Oder? Soll ich euch zeigen, stimmt das jetzt oder nicht? Nein, stimmt nicht. Ich zeige ihn euch, aber dann ist es beendet. Aha! Ich hab die Brille nicht auf. Ich sehe nichts. Ach, das alte... Das ist ein 20-Mark-Schein. Ja, das ist verboten. Allerdings nicht mit Uli Stein, äh, nicht mit der Dame drauf, mit Elspintucher, sondern mit der Steinmaus. Und wenn man den richtig gut damals geknickt hat, dann ging der als echt durch und ein Busfahrer ist drauf reingefallen. Nein! Und daraufhin stand bei Uli Stein die Landeszentralbank Niedersachsen vor der Tür. Ja, der musste 1065-Mark Strafe bezahlen. Und wie aus? 1065-Mark Strafe musst du auch noch bezahlen? Aber jetzt, wo du es zeigst, muss ich sagen, also ich wäre da auch drauf reingefallen. Ja, vor allem die Rückseite auch, das ist ganz gefährlich, wenn man damit bezahlt hätte. Da konnte man ja sogar 50 Mark draufschreiben auf die Rückseite. Ja, das ist ja wunderbar. Markus Steinkamp aus Wahlenauf, 500 Euro für Sie. Gratulation. Sie wohnt in Herne, heute Abend ist sie bei uns. Julia? Da ist sie. Julia. Julia, schön, dass Sie da sind. Sie haben eine sehr schöne Frage und ich bin sehr gespannt, ob die 500 Euro Ihnen gleich gehören. Mal gucken. Julia möchte gerne wissen, wie kam es, dass der britische Opernstar Quentin Hayes in Birmingham regelrecht um sein Leben singen musste? Hey. Kleine Info, er sang eine Arie aus Rossinis Barbier von Sevilla, was ihm vermutlich das Leben gerettet hat. Die Bierbar von Sevilla. Also, dass er genau diese Arie gesungen hat, hat ihm vermutlich das Leben gerettet? Ne, er sang halt diese Arie. Könnte es sein, dass er nicht nur das hohe, sondern das höhere C hat singen müssen, um Glas zum zerbersten zu bringen, um aus einem Fenster entfliehen zu können? Weil es zum Beispiel gebrannt hat. Genau. Ich wollte nicht gleich alles sagen. Es könnte sein. Aber ich war in der Tat auch beim Brand, dass der weiter singen musste, damit die die geordneten Tinten aus dem Saal rausnehmen konnten, die Menschen, die Zuhörer. Sehr schön. Und dann den schönen eisernen Vorhang runter machen, was ich ja die fieseste Erfindung im Theater finde. Besonders, wenn einer drunter steht. Absolut, das haben wir schon erlebt. Und vor allem, wenn das dann so runter geht, stelle ich mir immer vor, dass die Leute noch so lalala so weiter singen, wenn alle tot sind. Aber vielleicht muss er tatsächlich seine Stimme erheben, weil er der einzige war, der sich so laut mit seiner Stimme hat bemerkbar machen können, dass ihn zum Beispiel Rettungskräfte haben hören können. Die menschliche Sirene. Er hat die Sirene gesungen, weil es brannte und die Sirene ist ausgefallen. Also er hat keine Sirene gesungen und es hat auch nicht gebrannt. Also hat er vielleicht festgestellt, dass er irgendetwas, was auf der Bühne passiert ist, überdecken muss. Und hat deshalb immer weiter gesungen, damit die Zuschauer da unten das nicht merken. Zum Beispiel? Handwerksarbeiten. Ganz normal, Handwerksarbeiten. Das Publikum hätte ihn dann umgebracht, wenn man das gehört hätte. Der hat gesungen eine Arie aus Rossini's Barbier von Sevilla. Und das war Quentin Tarantino. Das war Quentin Hayes. Also Barbier von Sevilla ist doch ein Friseur, Barbier? Ein Barbier ist doch ein Rasierer. Vielleicht hat es was mit der Klinge des Rasierers zu tun? Hat es überhaupt was mit der Opa selbst zu tun? Nein. Er hätte irgendwas singen können. Wenn er aufgehört hätte zu singen, dann wäre er gestorben. Er hatte nur einen Lady Shave. Nein, das kann auch nicht sein. Ist es so, wenn er aufgehört hätte zu singen, wäre es für ihn... Zu 99% wahrscheinlich. Wäre er wirklich tot gewesen? Wahrscheinlich. Vielleicht hatte er ja irgendein Krankheitsbild. Ah, er hat was verschluckt. Was? Den Längel... Ich meine, der ist falsch, aber was? Vielleicht den Rasierschaum. Ah, jetzt ist es ganz falsch. Das Rasiermesser. Nein. Vielleicht muss... ich dachte jetzt... Wird der Barbier von Sevilla am Schluss nicht erhängt in dieser bekannten Oper? Und ist es nicht so, dass der am Schluss schon eine Schlinge um den Hals hat? Das ist der Waffenschmied. Ja, genau. Nein, die Oper des Schlaumeier ist das. Ist das der Oper des Schlaumeier? Ja, stimmt. Aber ist das nicht so, dass er so ein Ding um den Hals hat? Das war bei John Wayne. Und er merkt schon oben, die Jungs kapieren nicht, dass er ziehen muss und er hat jetzt Angst. Da komme ich nie wieder raus. Das ist dieser Geschichte. Das ist der andere. Das ist aber keine Oper. Stimmt. Ne, nicht wirklich. Vielleicht hatte der ja irgendwie einen Asthmaanfall und durch diese Gesangstechnik war er in der Lage, sich weiter bei Atem zu halten. Ja, indem er sich zum Beispiel... Selbst überatmen. Zum Beispiel, indem er sich gut. Indem er sich umgedreht hat und noch so... noch mal so nachgezogen hat. Wie er sich ein Schenkmal gemacht hat, als er um die Zähne rausgefahren hat. Fantastisch. Ja, zum Beispiel. Nein, ist es auch nicht. Der hat sich über das Singen Luft zugefügt, die er sonst nicht bekommen hätte. Naja, das tut man ja eigentlich nicht. Sondern eigentlich wären überhaupt das Gegenteil. Also die Frage ist ja, ob er tatsächlich durch die Technik oder durch den physischen Vorgang des Singens sich vor dem Tod bewahrt hat oder ob es sozusagen indirekt etwas anderes bewirkt hat. Können Sie das irgendwie beantworten? Herr Baller. Sollen wir Ihnen das mal erklären, Herr Baller, was er gemeint hat? Ja, ich überlege gerade auch, ob ich dazu was sagen kann. Er hat das schon verstanden. Ich glaube nicht, dass es an deiner Formulierung lag. Ich glaube auch nicht. Also mit der Technik hat das glaube ich in erster Linie mal weniger was. Er war allergisch gegen die Stille. Hätte er auch irgendetwas. Wenn er aufhört. Wenn er aufhört. Wenn er aufhört. Nur gesungen. Das heißt, wenn er auf der Bühne bleibt, vielleicht sogar an dem Ort, wo er steht und sozusagen immer weiter singt, kann ihm nichts passieren. Das ist also eine örtliche Begrenzung. Das heißt, wie wir schon gesagt haben, draußen ist irgendein Brand. Nein, kein Brand. Eine Überschwemmung? Nein. Ich sing einfach mal weiter, während die anderen den Notarzt holen, bevor die anderen dann kommen. Aber das hat ja nichts mit ihm zu tun. Aber er hat eigentlich gesungen bei der Hochzeitsfeier von irgendeinem Mafiapaten oder so. Und die haben rausgekriegt, dass er was mit der Braut hat und haben gesagt, du singst jetzt, wenn du aufhörst zu singen. Bringt mich um. Ja, das ist gut. Ich erinnere mich jetzt genau an, was da passiert ist. Das war nämlich 1998. Und zwar war das nämlich folgendermaßen. Die Frau, die die Bühnenpartnerin von ihm gespielt hat, die hat zum ersten Mal gespielt und ihr Vater hat dabei zugeguckt. Jetzt verliebt sich der Barbier ja in diese Frau. Das wollte der Vater nicht und hat gesagt, wenn du mir da runterkommst, dann hau ich dir die Fresse an, ich bring dich um. So, innerhalb des Liedes ist es jetzt inhaltlich so, dass gesagt wird, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich so nicht und ich liebe dich nicht. Und dann war der Vater beruhigt. Macht ihr doch weiter. Vielleicht. 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 Aber er war er zufrieden. Aber er war er zufrieden. Nein! 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 Vielleicht war er erwartet. Es war alles völliger Blödsinn, aber die Jahreszeit stimmt. Ach nö! Wuhu! 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 Okay. 10 Euro werden gestrichen. Vielleicht war der Mann zum Tode verurteilt zuvor, wegen irgendetwas. 98. Und ähm... Ist ja in Spanien, da gab es ja noch den Diktator. Dafür habe ich mich nicht bemüht, Ordi, dass du jetzt nicht... Ich dachte, dass vielleicht die Todesstrafe laut Gesetz umgewandelt wird in eine lebenslange Haftstrafe ab einem bestimmten Datum und er einfach über dieses Datum hinaus gesungen hat. Vielleicht haben Sie einen letzten Wunsch und er hat gesagt, ich möchte noch ein Lied singen. Und da hat er einfach... Wenn er aufhört... Ich möchte... Ja, da waren Engel, das ist noch schlimm. ... aus dem Zoo in Birmingham. ... aus dem Zoo in Birmingham zugeschaut hat. Ja, da waren Engel. Das ist noch schlimm. Das ist noch schlimm. Die Elefanten und die Kanäle. Also ich sag's euch mal. Ihr werdet nicht drauf kommen. Absolutely. Quentin Hayes, britischer Opernsinger in Birmingham, spielte 1998 in einer modernen Oper, einer ganz modernen Oper, eine Rolle, die von ihm verlangte, sich wie ein Skinhead zu kostümieren. Union Jack-Shirt, Glatze, Springerstiefel, etc. Und er hatte das Opernhaus in vollem Kostüm verlassen, um frische Luft zu schnappen, als er von zwei bewaffneten Schwarzen angegriffen wurde, die ihn für einen Rassisten hielten. Hayes beteuerte, seine Kleidung sei nur ein Kostüm, er sei Opernsänger, das man ja dann so sagt. Und die beiden wollten das nicht glauben und verlangten von ihm, dass er auf der Stelle eine Kostprobe seines Könnens geben sollte. Er schmetterte daraufhin eine Arie aus Rossinis Barbier von Sevilla. Und dann haben sie ihn trotzdem zusammengehauen. Die beiden waren voll überzeugt, träuten sich des Weges und ließen ihn unbehältlich. Super Geschichte. Es gibt 500 Euro für Julia. Ich gratuliere. Und dann haben sie auch eine schöne Frage, können sie uns die schicken, genial daneben, wir kriegen so viele Fragen immer von den Zuschauern, die gerne wissen möchten, welche Fragen denn schon gestellt wurden, damit sie die nicht nochmal schicken. Kann ich ihnen ein kleines Hilfsmittel empfehlen. Können dieses Buch kaufen, wenn sie möchten. Das gibt's jetzt. Genial daneben. Da stehen ganz viele Fragen drin. Ist auch sehr witzig. Also wir sind auch ein bisschen Comedy-technisch hier abgebildet. Auch so sieht das dann aus. Nein. Wir sind gemalt worden von Bernhard. Hab ich Haare gekriegt? Also liebe Kollegen sind drin und ganz viele Fragen sind drin. Sie können das zuhause auch selber spielen. Sie können das zuhause auch selber lesen. Sie können es auch lesen und Sie können es vor allem auch kaufen. Das können Sie auch zuhause selber lesen. Genial daneben. Gibt's jetzt als Buch. Eine Frage speziell an die Musiker unter euch. Da haben wir eine ganze Menge heute hier. Johanna Schank aus Reutlingen möchte wissen. Warum sind Stuten selber schuld, dass mit ihrem Schweifhaar keine Geigenbögen bespannt werden? Gehe ich jetzt davon aus, dass die Schweifhaare von Hengsten dazu benutzt werden? Ja. Und von Stuten nicht? Ja. Hengstschweifhaare werden benutzt, um Geigenbögen zu bespannen? Ja, aber die Spannung von Geigenbögen wird aus Rosshaar gefertigt und zwar nur aus dem Schweifhaar von Hengsten. Ich glaube nur, Hengste haben kleine Widerhaken an den Schweifen. Denn, ja, ihr guckt dumm, also ich weiß nicht, ich muss erstmal die Geigenbögen machen. Und das, obwohl ich was gesagt habe, das ist das, was mich fasziniert. Weil man kann nämlich einen Geiger damit ärgern, die müssen nämlich immer gegengleich gemacht sein, weil diese Haken gehen nur in eine Richtung. Und wenn man nämlich bei einem Geigenbögen zum Beispiel die Haare alle so sortiert, dass sie in eine Richtung nur diese Haken haben, dann hört sich so eine Geige so... Und Stuten haben überhaupt keine Widerhaken an den... Daniel Fröcher ist übrigens nicht Musiker, weil er weiß nicht, wie eine Geige klingt. Da gibt es auch einen Kinderreim. Stuten klingen einfach scheiße. Warte, warte, warum Stuten es selbst schuld sind. Und wenn also die Beschaffenheit des Stutenschweifhaares von Natur aus anders, nämlich mit Widerhaken, wäre, dann wären Sie es ja nicht selbst schuld. Habe ich damit recht? Nein, jetzt haben wir es nicht. Also, ich sage mal so, Sie sind natürlich nicht im wahrsten Sinne des Wortes... Aha! Das ist doch ein Wort hier! Das ist doch ein Wort hier! Erinnert so, Herr Balder! Ich hätte nämlich erst gesagt, die machen sich da immer so gerne Schleifchen rein und so. Deswegen haben wir die nicht mehr benutzen, aber das wäre ja eine ganz falsche Richterin. Weil die sich immer Haarspray reinspringen hin. So, so! Aber jetzt, wo ich so überlege, vielleicht sind Sie doch selbst schuld. Ja. Siehst du? Aber es ist was von Naturgegebenes, ne, Herr Balder? Die sind zu dünn. Wer? Weil die sind ja unter Spannung. Die sind zu dünn. Nein, die Haare von den Stuten. Die Haare, die Schweifhaare von den Stuten, nein. Die sind genauso dick wie vom Hengst. Söste? Vielleicht machen die Stuten ja mit ihrem Schwanz irgendetwas, wenn sie Fohlen säugen oder bekommen, was... Nehmen das als Zahnseide. Ja! 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 Deswegen gibt's... Ja! Und dann wird sie nicht mehr... Die Haare von den Hengsten... Bei so einem Gebets... Uuuuuh! Man könnte auch, wenn man's nicht weiß, könnte man... Ich hab... Durch Überlegungen drauf kommen. Ja. Ich glaube einfach, dass... Ich glaube einfach, dass Haare von Hengsten besser stehen. Also... Also... Ein anderes Thema. Ich glaube, du verwechselst uns jetzt. Naja... Holen Sie doch mal die Pellets raus, die will ich noch mal sehen. Genau. Zeig's dir doch mal. Wieder irgendwas gepresst und... Okay. Also die Farben sind nicht gefärbt. Frauenhaare sind ja oft gefärbt. Bei den Hengsten. Bei den Stuten. Na, bei den Hengsten eben nicht. Bei den Stuten. Ja, sicher. Ich hab noch keine Stute gesehen, wo die Schweifhaare gefärbt sind. Meinst du, dass die das verraten? Das sind doch Pferde, die können doch nicht sprechen. Also, warum sind die Weibchen... Die können aber auch nicht färben. Warum sind die Weibchen? Sie lassen färben. Ja, gut. Welche Frau färbt schon selbst? Höchstens Frauen, die Händer benutzen. Geben die was für Geigen her? Gar nichts. Die kennen sich doch gar nicht aus in der Geigenmusik. Ich hab den Überblick verloren. Mach gut was. Ja, ich weiß nicht. Also... Hast du eigentlich schon mal welche für so einen Bogen gedacht? Nein. Das ist so eine Mini-Geige. So eine Piccolo-Geige. Aber was unterscheidet jetzt so ein blödes fucking Haar von so einer fucking Stute von so einem fucking Haar von so einem wunderbaren Hengsten? Das ist die Frage. Wie gesagt, ich kam ja spontan auf das Werfen an sich. Das Gebären von kleinen Pfüllen, Fohlen. Die Frage ist, ist die Stute vielleicht... Ist die Stute ein ganz normales weibliches Pferd oder ist die Stute ein Pferd, was schon ein Fohlen geworfen hat? Dann wäre das ja... immer so ist. Vielleicht hat eine Untersuchung der Universität Michigan ergeben, dass weibliche Pferde unmusikalischer sind. Oder ein Kontrabass werden wollen. Ein Kontrabass. Die Felle von den weiblichen Pferden werden für Trommeln benutzt. Nicht die Felle. Ich rede doch von einem Schwein. Ja, deswegen sag ich auch. Und zur Ausgleichung der Gerechtigkeit hat man die Haare. Damit die nicht so... Das ist ja alles völlig Quatsch. Weil sie sich nicht schneiden lassen. Die Haare? Die Haare. Wenn ein Friseur kommt, treten die aus, meinst du? Ja, ganz genau. So wie ich. Und ja, das könnte auch eine Möglichkeit sein. Das könnte gar nicht möglich sein... Wieso sagt der alte Mann, wenn wir überlegen könnten wir drauf kommen, Herr Hohecker? Das ist doch eine Provokation. Das Ding ist wieder... Das muss zu dünn sein. Wenn wir nicht so blöd wären, könnten wir drauf kommen. Zu dünn oder zu kurz? Was nicht... Wieso sagt er, wenn man genau überlegt, könnte man drauf kommen? Also was unterscheidet erstmal eine Stute von einem Hengst auf so einer Koppel? Der Pillermann. Das ist weiter unten. Länger, vielleicht die Länge. Vielleicht hat ein weibliches Pferd einfach nicht... Ha! 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 Na, und die Haarensäure wird irgendwas mit den Haaren machen, dass man das nicht mehr benutzt. Die Töne kaputt. Ja, durch den ständigen Kontakt mit dem scharfen Urin sind die Schweifhaare von Stuten nicht so reißfest, wie die von Hengst. Das macht Sinn. Hahaha! Huuu! Ich hab mir gesagt, man kann das doch... Naja, den weißt du nicht gesagt haben, das war ja eine schöne Hilfe. Johanna, seien Sie mir nicht böse, aber das ist... Ach so, weil Sie geholfen haben, müssen wir dir jetzt 250 Euro geben? Nein! Nein! Hildegard Röscher wohnt in Bensheim und möchte wissen, was ist ein Seitenlinienorgan? Ein Seitenlinienorgan? Das ist ein öffentlicher Mitarbeiter, der dafür zuständig ist, auf der Autobahn die Seitenlinie zu malen. Das ist, das Organ, das macht immer was für dich. Ja, ich wäre jetzt auf einem Fußballfeld oder auf einem Fußballplatz oder auf irgendeinem Sportfeld, weil da gibt es ja eine Seitenlinie. Und, aber was ist ein Organ? Ja, ich glaube ganz einfach, dass das die Stimmbänder von John McEnroe sind. Das war vor 40 Jahren mal ein Tennisspiel. Nein, nein, nein. Ich kenn den ja noch. Weil immer wenn der Ball seiner Meinung nach noch auf der Linie war und der Schiedsrichter aber gesagt, der Ball ist out, hat er besonders stark mit seinen Stimmbändern... Nein! Falsch! Ja, danke. Ist es ein richtiges Organ? Also ist es vielleicht, wenn so der Metzger guckt, wie er die Kuh zerteilt, dann malt er das wahrscheinlich erst mit Kreide auf und macht so die Linien, damit er so weiß, so ein Schnittmusterbogen. Und dann sind die Organe, also so die Leber und die, was ist das, auf den Seitenlinien, sind die Seitenlinienorgane. Finde ich gut. Und das andere ist das Mittelfeldorgan und dann gibt es noch Rechtsaußen, Linksaußenorgane, Faultorgane, Abseitsorgane, Tor. Also so ein krasses Organ ist es nicht. Aber es ist ein Organ. Es ist ein Organ. Es gibt nämlich die Seitenstrangangina. Das nur mal so eingeworfen, jetzt seid ihr wieder. Klar, danke. Danke. Wenn ich die mal hab... Möglicherweise ist der zweite Teil dieses zusammengesetzten Hauptwortes in Wahrheit ein englisches Wort, also eine Seitenlinienorgane, also eine Orgel. Und das ist jemand, der in Amerika beim Eishockey immer, wenn Pause ist... Oder? Ja, in Michigan. Ist es denn so simpel, dass es sich in der Tat um die Organe oder das Organ eines Menschen handelt, was eben an der Seitenlinie des Körpers ist, wie zum Beispiel Nierchen? Keines Menschen. Eines Fisches. Eines Fisches. Eines Fisches. Im Wasser. Ein Elvie. Ein Elvie. Nein, nein, das Gesicht heißt kein Fisch. Ein Zombie. Der weiße Hai. Nicht eines Menschen. Ein Fisch. Ein bestimmter Fisch. Ein Seitenlinienorgane ist einfach nur die Flosse? Die Seitenflosse? Nein, ein bestimmter Fisch. Es gibt doch so Fische, die haben hier so... Ich hör ihn nicht. Ein bestimmter Fisch. Danke. Ein bestimmter Fisch. Müssen wir den Namen von dem Fisch kennen? Natürlich. Horst. Horst heißt er. Horst. Ich bin für diese flachen, diese ganz flachen Fische. Die schollen. Jetzt lasst uns nicht in Raterei ausatmen, ich gebe euch... Nen, 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 nen. Oh! Das Ungeheuer aus dem Amazonas. Okay. Dann gebe ich euch nicht, dann möchte ich auch noch wissen, wenn er den Fisch hat, für was das Organ da ist. Kein Problem, machen wir. Das Seitenlinienorgan. Das könnte bei... Dann ist es der Aal, das könnte bei... Der Aal. Der Aal? Ja. Weil er selbst eine Seitenlinie ist. Es ist der Hering in Tomate. Was am Rand liegt. Ach. Und das Seitenlinienorgan ist das scharfe Ding, wo man sich immer schneidet, wenn man dann... Das ist die Aufrisslinie an der Fischtube. Genau. Fischpaste, Tube, Abba, von Abba. Ist das bekannt? Nein, auf keinen Fall. Ich bin zu alt. Das war ein Song von Abba. Es gibt eine Fischfirma, die Abba heißt. Ja, ich weiß. Ja, also. Ich dachte immer, das wäre eine Gesangsgruppe. Ist denn bei Tintenfischen die Beinchen, die an der Seite vom Tintenfisch sind? Nein. Was hängt ihr denn an und hört auf? Das weiß ich ja gar nicht. Wir reden vom Wal. Das ist kein Fisch. Absolut, wir reden von einem Schwertfisch. Aber das könnte auch ein Säugetier sein. Ein Manta. Das ist ein Out. Ein Mantelrochen. Nein, das ist ein Rochen. Ein Vectra. Vielleicht sind das, ich kenne dir diese Fische, die hier diese ekligen Haare an. So ganz heiß. Das ist die Zachel von Posi. Genau. Das ist besser. Das ist jemand anderes. Ich werde es euch sagen. Ein Zebrafisch. Moment, Herr Balder, ist es ein Süßwasserfisch? Ich sage es euch jetzt. Ihr ratet nur, ich sage es euch. Ihr wisst ja auch gar nicht, was es für ein Organ ist. Natürlich. Ja, aber wir wollten ja erst mal den Fisch erraten. Ja, auch dann ist das nicht. Also. Moment. Das sogenannte. Sagen Sie doch lieber mal, versuchen wir es doch mal. Sie sagen den Fisch und wir sagen ihm das Organ. Nee. Nee. Also, das sogenannte Seitenlinienorgan ist ein wichtiges Sinnesorgan des Hais. Das Seitenlinienorgan wird auch Ferntast-Sinn genannt. Es verläuft auf beiden Seiten des Hais vom Auge bis zur Schwanzflosse und registriert auch noch so geringe Druckveränderungen im Wasser. Der Hai kann also mit Hilfe des Seitenlinienorgans bewegliche Objekte orten und identifizieren. Vor allem nackte Schwimmerinnen. Der muss gar nicht gucken. Das haben wir in dem Film damals gesehen. Das hat immer, ne? Nackte Schwimmerinnen. So was. Ja. Jetzt wissen wir es. Hildegard Rutschner, 500 Euro für Sie. Ich gratuliere Ihnen. Sehr gut. Es spricht sich auch Kathleen aus, denn sie schreibt sich wie Kathleen. Kathleen Fugmann aus Aue. Sagen Sie bitte Kathleen, weil das TH liegt Ihnen nicht, Herr Ball. Sonst wäre es auch Kathleen Fuckman. Die Kathi. Sagen Sie doch, die Zusenderin. Sie wohnt in Aue, liegt in Sachsen. Und die Kathi, Kathi, möchte gerne wissen, warum gab es an der Jobbörse der Disney Parks im März 2002 plötzlich einen Bewerberansturm? An der Jobbörse der Disney Parks im März 2002 gab es plötzlich einen Bewerberansturm. Vielleicht weil Dagobert Duck zum ersten Mal Viagra probiert hat. Das ist ein bisschen auch so. Okay, weil in dieser Zeit der Film Lilo und Stitch herausgekommen ist, wenn ich mich nicht irre. Und Lilo und Stitch sind zum ersten Mal in der seltenen Geschichte der Disney Zeichentrickfilm-Klassiker keine Tiere, sondern Menschen. Und diese Tiere werden ja vorher, also Balou der Bär zum Beispiel, von lustigen Studenten im Disney Park dargestellt, die in so ein Kostüm... Nein, das sind echte Bären. Das sind echte Bären natürlich. In ein Kostüm, die in ein Kostüm reinschlüpfen. Bei Lilo und Stitch dagegen sind es echte Menschen, die man sozusagen nur anmalen und verkleiden muss und denen ist in diesen lustigen Figuren und in diesen lustigen Pelzen nicht so heiß. Falsch. Falsch. Aber Sie haben es alle geglaubt. Ja. Das ist eine Serie, der Fall. Wenn Sie von der Disney Jobbörse sprechen, dann meinen Sie ja nicht nur, dass in den Disney Parks äh, dass die sich auf die Disney Park Jobs... Ach, Sie reden von den Disney Parks? Nur von den Parks. Also ich weiß zumindest, dass die so eine Kleiderordnung immer haben in den Disney Parks. Sie dürfen keine Bärte tragen und keine Sonnenbrillen und vielleicht haben die das ein bisschen gelockert. Was haben sie gelockert? Ihre Kleider, Ihre Outfit-Vorschriften. Welches? Die Gürtel. Bärte, die Nummer mit den Bärten. Richtige Antwort. Im März 2002 wurde nach 43 Jahren ein von Walt Disney persönlich erlassenes Verbot aufgehoben. Warum erstmals durften sich Männer mit Vollbärten Hoffnung auf einen Job in einem Disney-Vergnügungspark? Und vor allem Frauen mit Vollbärten. Ja. Fürs Leben weiß Händler das auch so genau. Ja, Kerstin, fuhr mal das Auge. Es tut mir leid, Frau von Sinn hat es gewusst. Wir kommen zu Markus Diehl, ihr wohnt in Berlin. Und was eine Idiotie ist, wissen wir ja alle. Aber er möchte wissen, was ist denn eine Kälte-Idiotie? Kälte-Idiotie. Das ist, glaube ich, ich habe das mal gesehen in einem Film, dort wurde jemandem die Augen verbunden und es wurde ihm vorher gesagt, er würde jetzt mit einem Brenneisen, würde er jetzt gefoltert. Und man hat ihm aber in dem Moment dann einen Eiswürfel an den Rücken gehalten und er hat aber in dem Moment gedacht, er wird verbrannt. Ich glaube, dass der Körper bei solchen Reizen manchmal nicht in der Lage ist, zu unterscheiden, ob es ganz heiß oder ganz heiß ist. Der Körper ist ganz schön blöd, willst du sagen. Ansatz ist richtig. Der Ansatz ist richtig. Also ich hätte zum Beispiel jetzt gesagt, das Phänomen, dass man eigentlich denkt, dass man im Winter heiß duschen soll, wenn einem kalt ist, aber falsch. Man soll ja kalt duschen, damit es warm wird im Winter. Oder Sauna zum Beispiel. Wenn man zu doof ist, die Heizung aufzudrehen im Winter. Kälte-Idiotie. Dann kannst du diese Span-Dinger nehmen, die er noch in der Tasche hat. Ja, das stimmt. Man soll ja auch warm trinken, wenn man warm ist und nicht kalt trinken. Das ist total idiotisch. Also der Ansatz eben war richtig. Das heißt... Mit den Augen verbinden. Nee. Das war völlig falsch. Mit dem Leim der Ansatz. Vielleicht ist es das Phänomen, wenn jemand... Ich verbrenne, aber erfriere. Das ist es doch wahrscheinlich. Also ich verbrenne, ich werde in ein Feuer geworfen und habe dann hinterher beißen an der... Ja, aber das bezeichnet dann nicht als Kälte-Idiot. Ja, aber Herr Rohr, kann man das ja jetzt sagen. Ich fühle mich gerade etwas unter Druck gesetzt, aber egal. Aber nicht von unten. Ist das vielleicht diese völlig idiotische Eigenschaft des Körpers, dass er, wenn man eine Hand in warmes Wasser hält und die andere in kaltes Wasser und dann beide Hände in dasselbe warme Wasser, in gleich warmes Wasser hält, die eine Hand, die vorher im warmen war, das jetzt gleich kalte Wasser für kälte hält und die vorher im kalten Wasser befindliche Hand, das gleich warme Wasser, jetzt für wärmer. Das ist aber nur bei dir so. Es hat etwas zu tun mit warm und kalt. Das ist richtig. Ach, das ist... Genau. Das Idiotische ist nämlich, dass die Italiener auf ihren warmen Wasserhähnen Caldo draufstehen haben. Das ist idiotisch. Ja, finde ich gut. Das ist unsere Antwort. Das nehmen wir. Es ist auch merkwürdig, dass Leute auf alten Fotos jünger aussehen. Nein! Oder? Das ist so gemacht, hier. Nein! Das ist so. Ganz genau. Wenn Sie noch mehr von dem Mann hören möchten, der hat morgen seinen letzten Ditsche. Im WDR, 22 Uhr, wann? 30, Herr Beider. 20, 30, also... Da, wenn Sie schon schlafen. Ja, wenn ich schon schlafe. Dann kommen Sie ja noch mehr von Ihnen an. Und sagen Sie, was eine Kälte-Idiotie ist. Also es ist nicht dieser Effekt, dass man Brandblasen bekommt, wenn man Eis drauflegt. Nee, es hat ja was zu tun mit kalt und warm. Aber der Körper lässt sich ja irritieren, zum Beispiel. Wenn man die Körpertemperatur zum Beispiel absichtlich hoch treibt, dann wird man schon... Zum Beispiel, wenn ich Fieber habe, friere ich. Genau. Kriege ich Schüttelfrost. Das haben wir ja alles schon geklärt. Aber was ist jetzt Kälte-Idiotie? Aber wir haben überhaupt nicht drüber geredet. Das ist die Idiotie. Dass das Hirn das nicht schnallt? Ist das die Idiotie? Dass das Hirn nicht kapiert, ob es jetzt heiß oder kalt ist? Es hat alles etwas damit zu tun. Aber ich kann das so nicht gelten lassen. Wir sind keine Physiker, Herr Balder! Ich weiß es. Ich glaube, ich helfe meine Verantwortung. Es ist das, was Reinhold Messner immer hat, wenn er vom Yeti erzählt. Das ist ein Schaden, ist das. Wir sind ja schon ganz nah dran. Es wird mir auch nicht böse sein, wenn ich jetzt ein bisschen konkreter nachfrage. Vielleicht kriegt das ja raus. Wir gucken mal. Also, ihr habt ja gesagt, wenn einem kalt ist, dann hat man manchmal den Eindruck... Es ist einem kalt. Es ist kalt. Das hast du... Das haben Sie gar nicht richtig verstanden, Herr Balder. Du weißt aber, was du da vor dir liegen hast. Also, wir haben das Phänomen besprochen, dass man glaubt, dass wenn man zum Beispiel... Bei Fieber friert man. Bei einer höheren Körpertraumatur friert man. Und wenn man glaubt, dass man ein Brenneisen hinten dran hat, ist es in Wirklichkeit ein Eiswürfel, erschrickt man sich trotz. Oder es geht um die Haut, die sich zusammenzieht, obwohl es heiß ist. Dass man denkt, es ist wärmer, weil das gestern in der Wetterfuhrersage gesagt wurde. Nee, ich noch gar nicht klar... Ich gehe um dieses physikalische Phänomen, der hat ja gerade schon wieder so einigermaßen intelligent geguckt, als du das gesagt hast, mit dem 37 Grad oder was? 37,5 Grad. Ich werde es euch sagen, dann werden wir Markus 500 Euro geben. Warum? Ja, und die werden wieder angeschrien von uns, weil wir so nah dran waren. Natürlich, natürlich. Also, es ist ein Fachausdruck aus der Rechtsmedizin, der beschreibt folgendes Phänomen. Immer wieder werden in den Wintermonaten Kältetote aufgefunden, die erfroren sind, die vollständig nackt sind. Warum? Bei Unterkühlung kommt es zu der Wahnvorstellung, dass einem sehr heiß ist und man verspürt den unwiderlichen Drang, sich ausziehen zu müssen. Und dieses widersinnige Verhalten nennt der Rechtsmediziner Kälte-Idiotie. Ich wollte, wenn ihr gesagt hättet, wenn einer aber frieren ist, dann schweiß seine Sachen wäre, hätte ich das gelten lassen. Kann aber auch ein Striplokal sein, wo die Heizung ausgefallen ist. Kann auch sein. Markus Thiel aus Berlin, 500 Euro für Sie. Ich gratuliere Ihnen sehr kurz. Ich werde Sie auch jetzt nicht anschreien, weil ich finde, wir waren auch nicht nah dran. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Phänomen. Ich bin froh, dass ich weiß, dass jetzt Kälte-Idiotie ist. Wenn ich mal erfriere, ich behalte die Sachen an. Das habe ich heute auch gelassen. Was für ein schönes Schlusswort. Mir fällt dazu ein, dass der Ötzi ja auch nackt war, als man ihn gefunden hat, oder? Und mir fällt ein, dass du mit Leim sehr nah dran warst. Und Wichser am Donnerstag fällt mir auch noch ein. Wichser, 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 Donnerstag ins Kino gehen. Das war genial daneben. Und das war geld. Das war Veronica. Das warPUL. Ich bin froh. Wir sehen uns auf einem Allah Christi. Ja, ich bin froh. Das war selber. Ich bin froh. Und das war dream. Ich bin froh. Vielen Dank.